so handherzig willkommen zurück zu the world is a weapon beim letzten mal haben wir viele npcs eingesackt wenn ich mich richtig erinnere ja und ich denke da werden wir auch weitermachen müssen das hilft alles nichts außen habe ich auch afg ein bisschen geld gefahren wir haben jetzt 1,2 millionen das reicht doch schon glatt aus um uns endlich den waffenraum zu kaufen den ausstellungsraum soll ich muss noch kurz bisschen aufstocken so also weapon display room mal schauen für nur 800.000 gold okay die baut das ding jetzt einfach und im keller klar wild so wir haben uns also neue optionen darunter zu gehen sondern brauchen auch drei millionen für den armer baum drei millionen alter so man jetzt wird damit treppen aber aber den hatten wir auch schon immer das kann es also nicht sein oder das kann es nicht sein wo würde ich jetzt keine 800.000 gold ausgegeben ähm spiel habe ich die 800.000 gerade einfach verschwendet das wäre natürlich sehr wild oh mein gott large table näher haben wir auch schon gehabt das meinte spiel jetzt aber nie ernst oder ich check das noch mal ab bilder weapon display room in die basement das ist jetzt schon ein witz oder kann ich nochmal laden bitte das spiel doch wieder autosave ach man alter das doch jetzt ein witz das spiel hat das doch automatisch gespalten das ich es gekauft habe 800.000 für nichts der waffenraum war von anfang an verfügbar Oder geht es noch irgendwie tiefer oder? Edge Assize Mode Jetzt bin ich ja gespannt Wow, nice! Das sieht überhaupt nicht cancer aus Wilde Sache Aber ganz ehrlich, kann ich doch einfach alle verkaufen Die werde ich doch nie wieder brauchen für irgendwas Man hört sich doch ein bisschen nicht, wenn man wieder kettet Sonst weiß ich, ich habe eher Heuschnupfen Ich habe mir eigentlich schon Nadensplay gegönnt, aber es ist wirklich dumm bin ich Ja geil, das mit dem Weapon Display Room, das war voll für den Arsch Feierlich, nice Das ist genau das worauf ich jetzt Bock hatte, dass das nicht klappt 800.000 für nichts Und jetzt soll ich nochmal 3 Millionen Goldfarben für das scheiß armer Baum Na geil Boah Und ich habe noch nicht mal überhaupt 3 Millionen verkauft Und eine Goldzäule hier ist 14.000 wert 14.000 oder 12 bis 14.000 ist die kleine Das sind 50 Naja Nicht ganz 70.000 Aber trotzdem, das ist so ein sinnloser Grind Wilde Sache Na gut, was willst du machen? Ich würde sagen, wir gehen mal neue Waffen suchen, oder? Ich check mal die Armory ab Ob ich gerade noch irgendwas habe, was wir nicht benutzt haben Aber ich denke, soweit war ich schon, dass ich alles hatte Äh Ja Okay, das könnte was an werden Ähm, habe ich irgendeine Waffe, was nicht alles tötet Irgendwas Gott dammit Gott dammit So, viel dazu Dann muss ich ja jetzt noch ernsthaft erst wieder Aaaaaaah Ha 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 Den Baumstamm kaufen Den Baumstamm kaufen Na gut, komm Ich brauche hier noch ein bisschen die Armory leer, wenn wir schon dabei sind So, hier Oh, da werde ich jetzt noch so lange farben müssen mit diesen scheiß Golddingern Ich kack ab Eigentlich überhaupt keinen Bock das zu machen Ja, das kann weg Das hatten wir auch schon Sinnlos So, gib mir mal bitte die Bäume Ja Oh, jetzt ist es auch wieder auf Null Das heißt, den darf ich jetzt auch gar nicht weiter benutzen oder was Oder habe ich das doch meine Armory Alter, jetzt kacke ich aber echt ab Ich dachte, ich tue ich da eine Folge aufnehmen Das klappt echt super Ja, jetzt habe ich hier Okay, ne, ich hatte noch einen Bomb dabei Kein Problem Die werde ich schon mal schnell upgraden Ähm Mist, was war es da schon Okay, mit dem kann ich jetzt mal ordentlich zuboxen gehen Nice Werde ich mal schon, ob noch irgendwelche NPCs finden oder ob wir irgendwelche Monster mitfangen können Die dann stehe ich mir für zum Schluss auf Die alle abzugehen So, das Hühnchen hat man schon, definitiv So, erstmal hier Bisschen Mist, wie ich da loswerden Ernst hat das hier mit einem HP überlebt Zieh ab Meine Güte Ja, die boxt durch den Baum durch Wie viele Mistviecher Alter Abfahrt Boah Boah Ey, immer Level ab Äh Hier Angriff, auf geht's So, habe ich das Ding jetzt schon mal gehabt, ne Wow Ey, noch was das Wasser raushaut Nice Nice Äh, den hat man schon Okay, ich werde mal schauen, dass ich den hier oben angegriffen bekomme Irgendwie Nein, renn nicht weg Nein Ja, okay Eingesagt, jawoll So, dasselbe nochmal mit dem Bäuch hier unten Ja, ja, ja Du findest dir gar nichts, Kollege Du hast von mir höchstens eingesackt Nein Ach, ja klar Logisch, dass die jetzt alle aufwachen Logisch Hier Jetzt fuck Wie schlecht war das denn, bitte Haben wir den schon gehabt? Nee Komma nicht So, das Feuer nehmen wir mit Das nehmen wir mit Ja, ja Oh, bitte überlebt das Nice Mehr NPCs Wie gesagt werden So, was ist hier los? Bist du was besonderes? Nö So, von diesem Feuer gibt es noch einige mehr Aber auf Nein Warum sind die alle so schwach? Der kann wenigstens was Her mit dir Der Camper Bastard Wurde eingesagt So, Bäumchen haben wir auch schon alle gehabt Wunderbar Haben wir dir schon alle mal benutzt Oh Aber hier der Kollege Der muss schnell noch mein Inventar zurück Ah, das klappen wir Nice Nice Okay, hier sind definitiv stabile Sachen Na klar Komm, nehme ich halt das Ding hier und boxe ich damit Ah, Darkness So, okay Ich werde mal ein bisschen Umsortieren So, Stash, 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 Stash Immer ganz viel Stashen Weil wir haben neue Waffen ausprobieren Oh ja So, was haben wir denn so schönes? Hier, Dunkelheit Dungeon Na ja Immer her damit So So Ha, alles Nice So, die Eisenhöhle macht gute Arbeit Äh, hat man schon Oh, aber der Engel hier, den hat man bestimmt noch nicht Jawohl Jawohl So, was haben wir hier noch so schönes? Nichts Nichts Verdammt Hm Hm, was ist denn das? Ja, komm her Ja, komm her Wunderschön Einfach nur wunderschön So, den Ölzen haben wir schon mal irgendwann aufgenommen Hat mir den Kaktus schon? Ja, Mist Huhn Also, ich könnte vielleicht mal die anderen Waffen ausprobieren Das wäre Meine stabile Option Hier Mit der Dunkelheit greife ich an Uh Okay, wild Habe ich den schon mal gefangen? Mist Oh, hier mit dem Haus kann ich nochmal zuhauen Das wird sich anbieten Das wird sich anbieten Oh ja Das Hexenhaus ist Geschichte Was zum Teufel So, und die alte kann ich auch nicht mal einsacken, würde ich sagen So, hier habe ich aber Stab, auf geht's Brrr Es ob Ja, ja, ist eine mächtige Hexe definitiv Das ich nicht lache Immerhin hier noch Sachen ich überhaupt nicht hatte aber wie viele auch ja ich glaube das wird es gewesen sein oh hier das nächste Opfer Stein ist es wild na klar vergifte mich so hier oben gibt es auch extrem viel nichts immer sehr wild so los die Steine krank aber vielleicht sind die ja besser wow ah triffst mich nicht so jetzt ist Feuer auf geht's und ich dachte schon kommt doch mal ein Feuerzauber raus nö nicht ist so die sachen hatten wir alle pfeil mich oh ja ist das deutlich für ein Vieh hat mir das überhaupt schon mal das ist einfach nur ein Pferd ein ganz normales Pferd das wilde Pferd ah mit diesem Pferd hier kann ich mein Level Up Boy neu verteilen also brauche ich extrem viel Geld wenn ich das machen würde na geil gut dass ich erst erst so viel Geld ausgegeben habe für nichts mal so angemerkt mal so angemerkt bleb meine Fressen die alle schwach kotzt mich das an soo hier das kann nicht alles oh ne mein Stash ist auch voll scheiße meine Armory ist sinnlos voll gut dass ich meinen Platz habe soo bisschen Müll raushauen ja sehe ich eigentlich was ich hatte ja sehe ich ja oh ja dann muss ich auch verkaufen sonst kann ich spätig in den Stein Dungeon reingehen obwohl ich den Dungeon überhaupt schon benutzt ja äh wieviel Sachen ich auch noch probieren musste es ist schon sehr wild so was haben wir noch äh Bäume immer stabil die werden noch nie wieder diese Wege brauchen das sind ja genauso wenig ja weg mit dem Pott was ich aber auch für Zeug habe so naja läuft doch aber ich brauche irgendwas was keine Ahnung obwohl das Ding halt auch Entfernung an Musikabox sammelt ich eigentlich zu naja gut wir sind jetzt zurück im Dorf gewesen ziehe ich noch mal los würde ich sagen versuche noch ein paar ein bisschen einzusacken unten waren noch irgendwie zwei mehr die ich mitnehmen konnte naja Mist ach na eben ne ne Waffen probieren ne Waffen probieren das Zölk kann ich denn sowieso noch verkaufen so was haben wir denn noch alles ach ja mehr als genug Mist so das ist eigentlich schon mit dieser Seerose jawohl kommt auch mit so er hier wow wow wilder boy nein nein wir müssen wirklich nur Sachen nach mir werfen verzieht euch es killt sich nicht mal ich raste aus so jetzt aber sicher auch was Mist ja nein diese dreckigen Bastard ja ist klar ja ist klar mach den scheiß einfach weiter ich geh zurück nach hause ist sowieso ein guter zeitpunkt um zu halten zu speichern was solls was solls so würde ich sagen wir speichern einfach kurz und versuchen irgendwie um den Verlust der 800.000 Gold zu trauern das hätte ich schon alles in abgedeckmaterialien laufen können verdammt nochmal na gut was willst du machen dann sehen wir uns im nächsten Part wieder wenn wir weiter Sachen sammeln genau das machen wir bis zum nächsten Part und bis dahin